Hi Alex, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön, hier zu sein, Jonas. Ja, zuallererst meine Frage. Warum bist du Unternehmer geworden? Warum ich Unternehmer geworden bin? Das ist im Grunde genommen, weil ich jede Sparte, die es sonst so gibt, außerhalb des Unternehmertums auch schon miterlebt habe. Auch gesehen habe, was da die Vorteile, was da die Nachteile sind. Und ich habe einfach entschieden, wenn ich ins Unternehmertum gehe, überwiegen die Vorteile im Vergleich zu allen anderen Modellen, wie das Angestelltenverhältnis und, und, und. Und grundsätzlich kannst du Unternehmertreffen bzw. Netzwerktreffen weiterempfehlen? Grundsätzlich, nicht nur grundsätzlich, sondern auf jeden Fall, definitiv. Weil im Grunde genommen trifft man dort auf Menschen, die genau das gleiche Mindset haben wie du, die gleiche Power, die gleichen Ziele haben. Und man kann sich immer austauschen, man kann sich immer eine Idee mitnehmen, aus jedem Treffen, auch wenn es nur ein Satz ist, hat sich immer gelohnt, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Sehr gerne.